Servus Leute, der Streets of Tarkov Vibes steht vor der Tür oder ist vielleicht schon da, je nachdem wann ihr das Video seht. Und ich wollte euch einfach mal zusammenfassen, ein paar grundlegende Tipps, wie ich an den Vibes rangehe und was es zu beachten gilt, womit man sich das Leben erleichtert und ja, wie man einfach gut in den Vibes startet. Viel Spaß! Als erstes ist zu sagen, die ganzen Tipps basieren auf den Erfahrungen mit den alten Vibes. Ich weiß noch nichts von den Patch Notes, welche Änderungen, welche Balancing Changes. Einige Tipps, die ich hier gebe, könnten dadurch nicht mehr so sinnvoll sein. Aber ja, man weiß es halt leider noch nicht. Die Patch Notes werden auch erst nicht direkt beim Vibes veröffentlicht, sondern erst später. Von daher, ich gebe euch ein paar grundlegende Tipps, die bis jetzt immer funktioniert haben. Ich denke, die werden auch bei diesem Vibes funktionieren. Kommen wir als erstes zur Serverauswahl. Beim Vibes in Tarkov ist immer extrem viel los, es sind sauviele Spieler unterwegs und wenn man zu wenig Server ausgewählt hat, kann es zu langen Matching-Zeiten führen. Es ist so, lange Matching-Zeiten heißen tatsächlich nicht, dass zu wenig Spieler unterwegs sind, sondern dass die Server einfach nicht hinterherkommen und so viele Runden aufgehen für die ganzen Spieler, die da drauf anstürmen. Das heißt, umso mehr Server ihr auswählt, umso kürzer sind eure Matching-Zeiten. Das hat sich bis jetzt immer bewährt und bestätigt. Mit dem neuen Server-System kann sich das ein bisschen geändert haben, aber ich denke, es wird noch in etwa gleich bleiben. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, wählt auf jeden Fall alle europäischen Server aus. Und je nachdem, wie eure Internetverbindung ist, könnt ihr dann auch noch mehr Server auswählen. Kommt natürlich ein bisschen auf euch an. Ihr wisst vielleicht schon, auf den Server kann ich nie spielen, da habe ich vielleicht Timeouts oder dieses und jenes. Da kann ich natürlich jetzt nicht auf alles drauf eingehen. Grundsätzlich, umso mehr Server, umso besser. Für mich ist so eine Faustregel, alles unter Ping 120 kann man ruhig gewissens bei mir auswählen. Und das heißt, ich habe hier zwei nordamerikanische Datacenter. Russland ist mit drin und alle europäischen. Und dadurch habe ich extrem viele Server zur Auswahl. Wenig Matching-Zeit oder sehr geringe Matching-Zeit gilt dann auch für Scav-Runs. Und ja, dadurch komme ich schnell in den Game und habe nicht ewig zu warten. Also wenn ihr bloß zum Beispiel einen Server auswählt, dann kann es sein, dass ihr vielleicht mal 15 Minuten auf ein Match wartet. Und euch dann über die Server aufregt, was eigentlich unbegründet ist. Einfach mehr auswählen und das Ganze läuft. Wenn ihr irgendwas nachschauen wollt, wie eine Quest funktioniert oder ähnliches, das Tarkov-Wiki ist euer bester Freund. Die meisten werden es kennen. Ich linke es nochmal unten in die Description. Und hier an der Stelle ist gesagt, stellt euer Spiel auf Englisch. Weil, wenn ihr was nachschaut, auf dem englischen Wiki ist es aktuell. Es gibt zwar auch eine deutsche Variante von dem Wiki, ist aber bei Weitem nicht so aktuell. Und bei einem Vibe hinken die massiv hinterher. Das heißt, die ganzen Informationen kriegt ihr da nicht. Zumindest rund um die neuen Quests, neue Items und was es halt noch so gibt. Und deshalb, wenn ihr dem Englischen mächtig seid, spielt auf Englisch. Schaut die Quests nach. Zum Beispiel, wenn ihr, je nach Erfahrungsstand, Delivery from the Past, eine sehr ikonische Quest. Könnt ihr hier so nachschauen, gebt da einen. Dann steht dann da, ihr braucht den Key, wo das Item liegt und so weiter. Und Entschuldigung für den Voice Crack. Moment, ein bisschen krank. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ja, und dann Folgequests und dies und das. Alles, was ihr wissen müsst, könnt ihr im Wiki nachschauen. Und ja, mache ich auch, wenn zumindest bei den neuen Sachen oder wenn mir was entfallen ist. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Kommen wir zu ein paar grundlegenden Sachen, wie man sich im Raid verhält. Als erstes, Questen und Progress steht ganz oben. Man sollte nicht auf PvP gehen. PvP ist bloß Selbstverteidigung. Man questet am Anfang und wenn einer in die Nähe kommt, wenn man mit ihm fighten muss, dann macht man das und dann kann man ihn natürlich auch looten. Aber der Loot von anderen Spielern ist nicht so interessant. Man sollte auf jeden Fall keine Shots hinterherjagen oder sonst was. Auf lang gesehen macht man damit ordentlich Verlust, weil man dann viel sterben wird auch. Und ja, es geht darum, holt eure Questgegenstände, lootet immer ein bisschen nebenbei. Das ist wichtig. Spielt immer euer bestes Gear oder je nach Erfahrungsstand. Wenn ihr dann in der Gruppe spielt, dann spielt euer bestes Gear und habt so Standard Gear. Ich empfehle auf jeden Fall, geht nicht nur mit einer Pistole rein, bringt eine vollautomatische Waffe, eine Shotgun oder Ähnliches mit rein, um euch vernünftig verteidigen zu können. Nur mit einer Pistole tut euch keinen Gefallen. Bringt einen Rucksack mit, weil jeden Raid, den ihr macht, solltet ihr eigentlich immer ein bisschen Loot mit rausbringen. Es geht nämlich auch darum, ein bisschen Geld zu machen, dass ihr euch dann eine Lucky Scared Junkbox kaufen könnt. Ja, Geld ist letzten Endes auch Progress. Damit kann man dann später im Hideout craften. Also immer ein bisschen looten, nebenbei eure Quests machen oder hauptsächlich eure Quests machen, nebenbei ein bisschen looten. Und PvP nur, wenn man sich verteidigen muss. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach irgendwie, ja, ihr seht, okay, da ist jemand, ich hab schon was einstecken. Weg, andere Richtung. Oder ihr könnt auch mal kurze Raids spielen. Extracten ist das Wichtigste, gibt auch XP. Okay, ihr habt guten Loot, ihr habt einen Questgegenstand und ihr könnt schon raus. Ausgang ist greifbar. Dann nehmt den Ausgang, geht nächste Runde nochmal, sichert euren Loot. So kommt ihr wesentlich schneller voran, als wenn ihr da jetzt zu hohes Risiko geht. Dann, das erste Mal ingame. Ja, so sieht's aus, wenn man sich einloggt nach einem Wipe. Man hat wieder einen ganz frischen Account. Ich wähle auf jeden Fall Englisch aus. Einen Namen, das bleibt natürlich euch überlassen. Ich werde in dem Fall Bär wählen, weil auf Streets of Tarkov weiß man nicht, was kommt. Und als Bär kann man da vielleicht leichte Vorteile haben. Und der Nachteil, den man auf Lighthouse hat, dadurch, dass man Bär ist, ist minimal. Von daher, ich werde wieder Bär spielen. War ich letzten Mal auch schon. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, weil sie hohe Klamotten haben. Und das Startgear vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Dann Stimme und sowas, wählt er aus. Und dann geht's los. Wir kommen das erste Mal ins Stash und man geert sich für den ersten Raid. Man bereitet sich vor. Das hier ist jetzt ein Standard-Account. Der hat natürlich nicht so viel. Grundsätzlich, wie gesagt, wenn ihr Erfahrung habt, spielt euer bestes Gear. Umso mehr Erfahrung da ist, umso besser profitiert ihr von Gear, dass euch eine Rüstung savet oder ein Helm oder dass halt eine Waffe gut ist und der Gegner auch wirklich umfällt. Ja, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Platzprobleme. Also normalerweise spiele ich auf dem EOD-Account. Das ist aber ein Standard-Account. Ich würde auf jeden Fall CMS hier unten reinpacken in den Alpha-Container, wenn ihr EOD habt. Ich würde immer einen Painkiller dabei haben. Metz natürlich. Wenn ihr Grizzly habt, dann wird das am Anfang bei mir hier unten liegen. Ersatzpainkiller, immer einen schnellen Painkiller, wenn es bloß hier auf jeden Fall die normalen Painkiller sind. Aber einen für den Kampf ist ganz wichtig. Und wie gesagt, CMS dabei haben, weil ihr könnt am Anfang, ihr habt CMS nicht verfügbar zum Kaufen. Bei EOD habt ihr, glaube ich, zwei parat. Deshalb packt ihr hier unten in euren Container. Und je nachdem. Spielt euer gutes Gear, oder wenn ihr nicht so viel Erfahrung habt, spielt zumindest einen Standard-Loadout, lasst ihr euch zurechtlegen. Da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. In dem Fall werde ich jetzt einfach hier die Packer nehmen und sonst was auf dem EOD-Account. Wäre es dann die AVS, eine Level 4, die TT, MDR, die RPK. Und würdet die spielen. Und dann schaut mal als erstes, wo sind die Quests. Okay. Hier, Debüt. Dann haben wir die hier. Shortage. Das ist die Salivas. Letters. Okay, das ist noch eine Event-Quest. Die wird nach dem Vibe nicht mehr da sein. Und dann geht's los. Man macht seinen ersten Raid. Also hier in dem Fall, ihr müsst mal schauen, ob ihr was Founding Raid oder nicht Founding Raid braucht. Okay, das ist auch noch ein Event. Debüt. Ihr braucht die 1-3-3-Shotguns. Zwei Stück. Die müssen nicht Founding Raid sein. Das heißt, ihr macht einen Raid, dass ihr Level 2 werdet. Und dann holt ihr euch von Mechanic die Quest Gunsmith 1. Und dann könnt ihr auch gleich die Quest machen, um Jäger freizuschalten. Die werden natürlich viele machen. Das ist den Brief holen am Jägerstand. Wenn ihr die abgebt, könnt ihr die 2 1-3-Shotguns kaufen. Umso früher ihr das macht, umso besser ist es, weil die wird dauerhaft ausverkauft sein. Scaf-Skillen kann man jetzt überall machen. Salivas suche ich immer gerne. Entweder auf Woods oder auf Customs ist mein bevorzugter Platz. Und dann geht's so los. Ich kann jetzt natürlich eine ganze Questreihenfolge machen. Aber es ist so der Start, wie ich ihn mache. Ein Raid, dann den Brief holen und dann die Shotguns abgeben. Und dann geht's weiter. Und dann macht man noch kurz Shooter Born in Heaven und der Kappa ist schon da. So in der Art. Nein, Spaß beiseite. So ist es natürlich nicht. Und dann mal ein paar Tipps, was ihr euch kaufen könnt an Waffen. Waffen ist immer das Wichtigste. Ein heißer Tipp hier ist die Kedda. Kedda ist verfügbar, 21.000. An der muss man nichts machen. Die kauft ihr. Die hat 900er Feuerrate. SMGs sind grundsätzlich sehr gut am Anfang. Es geht nicht um durchschlagskräftig. Ihr könnt hier die Ammo kaufen. Ich weiß nicht, welches es ist. Die wird schon passen. Und ihr habt diese Waffe. Ich kaufe sie mal. Und dann, man kann leider keine 30er Max kaufen. Aber, wenn man hier mal Linked Search drauf macht. Es gibt 20er Max. Moment. Es gibt 20er Max. Also nehmt halt ein 30er und ein paar 20er Max mit. Ammo ist verfügbar hier, wenn ihr seht. Ammo ist einfach kaufbar. Eigentlich ist es egal. Hauptsache, ihr bringt die Kugeln in die Richtung vom Gegner. Und es geht mit der Ketter sehr gut. Und die ist gut zu kontrollieren. Ihr müsst nichts dran machen. Die ist kostengünstig. Und es geht auch bloß zu Selbstverteidigung. Man hat natürlich auf mittlere Distanz, wenn man Sniper Scave runterschießt, hin und wieder mal Probleme. Das geht aber auch. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gefundene Waffen spielen. Ich würde vielleicht am Anfang sogar die AK-74 hier nehmen. Oder was natürlich auch immer gut ist, ist hier die Wepper. Die Wepper ist ganz klar meine Empfehlung. Aber in PS, 7x6, 7,62x39. Wepper ist eine gute Waffe auf Close Distance und auf Close und auf Medium. PS-Ammo ist halt extrem gut. Wo es PS kann sein, dass die genervt wird. 35 Penetration verfügbar ohne Ende. Kann sein, dass sich da was ändert. Spielt die Wepper. Ihr macht hier bei Skia. Ihr kauft einfach. Mal sehen, wo sind wir. Dass ich das jetzt richtig habe. Ihr kauft diesen Bastion Stock hier. Zack. Ihr kauft wenn ihr Jäger frei habt, könnt ihr das Cobra Scope kaufen. Ansonsten könnt ihr hier mal sehen, irgendeinen Scope bei Peacekeeper kaufen. Ihr kauft diesen Bastion Stock und später könnt ihr das Recoil Pad kaufen. Dann habt ihr eigentlich auch schon eine Waffe. Ihr könnt hier im Moment, wo ist er? Ah, das ist auch ein Visier. Könnt ihr natürlich hier das MRS nehmen und später das Cobra. Das bevorzuge ich. Und dann hier den Dong. Kauft er die Dinger. Zack. Zack. Und dann kann man hierher gehen. Erstmal X-Men. Das Ding hier runter. Das Ding runter. X-Men. Den hier weg. Und dann kommt hier der drauf. Dann kommt hier das drauf. Das drauf. Und ihr habt eine Waffe mit PS Ammo. Semi-Auto. Sehr durchschlagskräftig. Am Anfang. Könnt ihr damit jeden auf den Kopf One-Tappen. Und ja, die kann man eigentlich schon bis Level 15 komplett durchziehen. Wie gesagt, SMGs sind auch sehr stark. Die Ketter ist meine Empfehlung. Wenn ihr was anderes habt. PPSH. Ihr könnt für die Messer hier, wenn ihr die natürlich sammeln wollt, könnt ihr euch die UMP gönnen für sieben Messer. Oder auch die MP5. Auch sehr gute Waffen am Anfang. SMGs allgemein. Es geht einfach nur darum, einfach und wenig Recoil, viele Kugeln in die Richtung vom Gegner zu bringen. Dann läuft es auch. Dann fallen die Leute auch um, weil das Gear am Anfang sehr gering ist. Und die Durchschlagskraft gar nicht so wichtig ist. Und ja, Rüstung. Können wir noch kurz drauf eingehen. Man kann natürlich immer die hier kaufen. Die ist halt auf 1 limitiert. Ist eine Level 3 Rüstung. Aber am Anfang sehr gut. Ansonsten spielt zumindest eine Packer, wenn ihr es euch leisten könnt. Weil Scaves haben oft Shotguns oder schlechte Amo und dann bleibt da gerne mal was dran hängen. Helm könnt ihr am Anfang weglassen. Wenn ihr einen lootet, dann nehmt ihr halt einen Helm mit. Kopfhörer. Auf jeden Fall die GSSHs. Besser als mit gar keinen zu gehen. Und dann geht man damit los. Hier. Nehmt man noch die GSSHs. Oder ich hab hier einmal Comtex. Comtex sind natürlich besser. Ein bisschen angenehmer. Und dann hier Magazine. Kann man leider noch nicht kaufen. Das heißt, ihr müsst 10er Magazine kaufen. Die gibt's hier auch irgendwo. Werdet ihr schon finden. Ja. Spielt auf jeden Fall verfügbare Waffen, für die ihr die Amo kaufen könnt. Die ihr euch immer wieder kaufen könnt. Und das ist halt bei der Ketter gegeben. Das ist bei der Web AG gegeben. PPSH, wie gesagt, wenn ihr die Besser sammelt und sowas. SMGs sind sehr gut. Das waren meine Tipps zum Startgear. Items, die man behalten sollte. Immer ein großes Thema am Anfang vom Vibe. Und ich zeige euch hier mal, wo man das nachschaut. Am wichtigsten sind die Quest-Items, die man schon mal im Voraus sammeln kann. Wie gesagt, das basiert jetzt auf dem alten Vibe. Da kann sich viel ändern. Aber man sucht auf dem Wiki nach Quest. Und dann findet man hier diese Übersicht. Alles, was grün hinterlegt ist, sind Items, die man Founding Raid braucht. Früher oder später, was man natürlich am Anfang immer schon aufheben sollte. Wissen die meisten von euch. Flash Drives, Gas Analyzer, Salivas. Das ist die erste Quest. Und alles, was noch hier so dazugehört und alles, was grün ist, insbesondere, sollte man schon von Anfang an sammeln. PM-Pistols werden immer gerne mal vergessen. Schaut in den Scavs und sammelt zwei PM-Pistols Founding Raid, weil da hängen immer viele. Und ja, dann geht der Rest schon von ganz allein. Diese Übersicht wird sich ändern. Es wird neue Quests auf Streets geben. Es werden Quests vielleicht angepasst. Schaut da rein, wenn sich es ändert. Also das wird nach und nach geupdatet. Und wenn ihr zum Beispiel Gas Analyzer sucht oder auch Flash Drives, empfehle ich Scav Runs auf Interchange. Hier kann man in den Tech-Stores oder in den Cabinets findet ihr die Flash Drive, Tech-Stores, die Gas Analyzer, Cabinets, die Flash Drives und natürlich auch in Saves. Sollte man vielleicht am Anfang sogar als PMC machen, weil ja, da kommt jeder auf die Idee, das zu Scaffen und dann ist das schon alles weg. Deshalb vielleicht auch als PMC. Aber grundsätzlich ist es sinnvoll, eine Scav Route zu haben, mit der man vielleicht ein bisschen farmen kann. Ich mache das immer auf Interchange. Man kann das natürlich auf anderen Messungen, Reserve, Lighthouse, wo man halt zurechtkommt zum Looten, wo man schnell ein bisschen Kohle rausholen kann. Oder wenn man weiß, okay, da finde ich vielleicht ein Quest-Item, dann kann man da auch mal schnell hin Scaffen. So mache ich das eben. Dann gibt es natürlich noch die Sache mit dem Hideout. Da braucht man auch Items, die müssen aber nicht Founded Raid sein. Hier sucht man einfach mal nach Hideout, dann kann man hier nachschauen. Da gibt es sogar hier so eine neue Übersicht, sehe ich gerade zum ersten Mal, wann man es braucht, oder nee, Building Materials und sowas. Die müssen nicht Founded Raid sein, aber es empfiehlt sich, die trotzdem aufzuheben, weil man kann die später teuer verkaufen oder man muss sie später nicht kaufen, wenn man sein eigenes Hideout upgradet. Und ja, prägt euch diese beiden Listen ein. Die Quest-Items sind ein bisschen mehr als die Hideout-Items. Aber letzten Endes solltet ihr alles sammeln und ja, ihr erleichtert euch das Leben dann in der Zukunft immens und ja, könnt dann auch gegebenenfalls ordentlich Kohle machen oder direkt durchprogressen. Ist immer richtig heiß. Und ja, wer haltet es im Hinterkopf, kauft euch auf jeden Fall eine Lucky Scaf Junkbox, wenn ihr könnt. Das ist der erste Container, den ihr kaufen könnt, um das Ganze unterzubringen. Oder kauft sogar zwei Lucky Scaf Junkboxen. Die kostet so circa 1,1 Millionen bei Therapist Level 1 kann man die schon kaufen. Von daher auf jeden Fall der erste Container, den ihr holt, bis alles, die Quest-Items, die Hideout-Items und alles, was ihr bis Level 15 aufheben wollt zum Verkaufen, dass ihr das da reinpackt. Und ja, erleichtert euch ein massives Leben. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Vibe mit diesen Tipps. Ich wollte nicht zu arg ins Detail gehen und das eher ein bisschen allgemein halten. Aber mit dieser Herangehensweise bin ich immer sehr gut gestartet und gut vorangekommen. Und behaltet im Hinterkopf mit Streets of Tarkov, mit dem Patch, wird vieles geändert, viel wird gebalanced, es wird neue Quests geben, über die ich jetzt natürlich noch nicht reden kann. Und natürlich wird vielleicht auch einiges geändert. Und ja, macht euch da eigene Gedanken, weil der ein oder andere Tipp, den ich jetzt hier gegeben habe, ist dann vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll. Aber ich kann leider nicht in die Zukunft schauen. So ist es eben. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv.auzitter. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Wenn der Vibe da ist, werde ich da sehr viel live sein. Würde mich freuen. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. bis dann. Bis zum nächsten Mal.